Die TV-Total-Wog-WM steht vor der Tür. Jetzt ist endlich klar, welche Promis sich in den Eiskanal wagen. Die erste TV-Total-Wog-WM fand 2003 statt und wurde von Stefan Raab ins Leben gerufen. Sie lief bis 2015 jedes Jahr auf ProSieben. 2015 wurde die WM auf Eis gelegt, kehrte jedoch sieben Jahre später mit Moderator Sebastian Puffpuff am 12. November 2022 mit neuen Kandidat innen in den Eiskanal von Winterberg zurück. Der neue TV-Total-Moderator konnte allerdings letztes Jahr aufgrund von vier gebrochenen Rippen, die er sich bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte, nicht teilnehmen. In diesem Jahr ist er aber endlich dabei. TV-Total-Wog-WM mit diesen Stars. Die Wog-WM ist am 11. November um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Zudem soll es wieder einen kostenlosen Livestream auf Join geben. Wir können uns auf viele Stars freuen, die beim 1er und 4er-Wog-Rennen teilnehmen. Mit dabei sind unter anderem in den Deutschland-Teams Moderator Tore Schölermann, Ex-Handballer Pascal Henz, Skispringstar Sven Hannawald, TV-Star Torsten Legat, Rennrodler Johannes Ludwig, Skilangläuferin Efi Sachenbacher-Steele, GZSZ-Schauspieler Felix von Jaow und Fußballer René Adler. Zudem mischen auch Sofia Thiel, Stefano Zarella, Younes Zaru, Amar, Ehrenmann Rios, Mario Novembre und Revi bei der Wog-WM mit. Ebenfalls an den Start gehen Jürgen Milski und Sommerhaus-Star Tim Toupé für Team Malle und für die Türkei Erol Sander und Menderes Bekci. Doch damit nicht genug? Auch Wog-WM-Urgestein Joey Kelly, der im vergangenen Jahr den WM-Titel mit Nachhause nahm, wird wieder an den Start gehen, dieses Mal unter anderem mit seinem Sohn Luke. Joey hat bereits fünf Weltmeistertitel gewonnen, ob es ihm dieses Jahr gelingt. Seinen Titel zu verteidigen, erfahren wir am 11. November. In diesem Jahr wird die Moderation wieder vom »Schlag den Star« Moderator Elton übernommen. In der Kabine nimmt Sport-Kommentator Ron Ringgut Platz. Aber auch andere bekannte Gesichter aus der TV-Welt sind abseits des Kanals dabei. Sofia Tomala wird die Prominenten im Zielbereich interviewen, während Özcan Koza und Bastian Bielendorfer die Prominenten im Startbereich mit Fragen löchern. Wie kann man das so machen und damit sind? Und jetzt kommen wir dieма allergy. Wenn wir die Prominenten im Ziel haben, dann favor�ere die Spromen miteinander übernommen. Oderce immer mehr ist ein Kotakt pledge.